Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Wir werden alle für die Männer das Wars vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckel. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Die Männer des Wolfs müssen passieren, den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Sei tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcantara-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein. Sie müssen näher ran. Näher. Na los. Nicht so schüchter. Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Jetzt. Los, Alex. Angriff! Angriff! Sie sind rechts vom Hubs. Jetzt, Alex. Lass den Truck hochgehen. Sie sind ein Nuss. Sie sind rechts vom Hubs. Sie sind sechs vonians. Sie sind immer weiter. Sie sind alle vermutlich, ihn. Sie sind rechts vom Hubs. Sie sind rechts vom Hubs. Was ist das? Ich kann auch den Busen. Recker. In Bus. Kontrollieren die Dessert. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Kampiere, zieh dein Team zurück. Ich hoffe, nicht nachgeben. Tu es. Allee, zurückfallen, sofort raus da. Schieß auf die Motoren, halte sie auf. Schieß auf die Motoren, Alex. Schieß auf die Motoren. 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 Spannende Hachnoten. Schieß auf die mich. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das?